Ziel. Rhythmisches Aneinanderreihen kurzer Radien unter Tempokontrolle. Stopp als klassischer Abschluss der Fahrt. Bewegungsbeschreibung. Gleichzeitiges Umkanten und rhythmisches Pendeln der Beine unter dem Oberkörper. Kantenabdruck. Eine ausgeprägte Vertikalbewegung, hoch-tief, hilft beim Auslösen der Richtungsänderungen. Der Stockeinsatz unterstützt paralleles Skisteuern in kurzen Radien als Taktgeber. Kurze Radien im Gleichtakt und in Formation führen in erweiterte Anwendungen dieses Leerziels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017